Hi Leute, ich begrüße euch zu Teil 21 meines Let's Plays zu Poi. Ich bin der Pili und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben letztes Mal versucht die 100 Münzen in den Crystal Covern zu fangen, also zu bekommen. Da fehlen uns nämlich noch zwei Medaillons und das haben wir auch nicht geschafft. Da bin ich gestorben und da haben wir alle Münzen verloren und das müssen wir jetzt noch mal machen. Uns fehlen auch noch zwei Golden Gears, ein geheimer Ort und zwei bekannte Orte, aber alle Fossilien haben wir. So, Aufgabe in die Crystal Cavern und die Münzen sammeln und optimalerweise dabei noch die drei fehlenden Orte finden. So, Lightbulb ist wahrscheinlich oben an der Decke, diese, die, 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 die Leuchte. Da oben das. Wir müssen nur gucken, wie wir da hochbefördert werden. Vielleicht hier durch irgendwie? Ah ne, das war ja auch schon ein geheimer Ort. So, egal was, wir machen jetzt erstmal hier, wir sammeln jetzt erstmal hier die Münzen jetzt. Hey, ich fasse schon wieder hier richtig dick. auf die Fresse bekommen. So, hier einsammeln. Ich weiß auch gar nicht, was es ist. Achso, doch, hier waren wir ja. So, das hatten wir gemacht. Wir laufen einmal schnell hier die Münzen entlang. So, ich habe übrigens gerade, ich komme gerade von der Battlefield Beta, die habe ich bis jetzt gezockt und die macht richtig Bock. Also ich kann sie nur jedem empfehlen. Ist sicherlich nicht, noch nicht einwandfrei. Ja, ein bisschen unbalanced. Und die Karte ist jetzt auch nicht so meins. Aber um da mal rein zu schnuppern, ist das auf alle Fälle richtig gut. So, wenn wir noch öfters hier getroffen werden, dann können wir direkt schon wieder neu anfangen. Waren wir denn letzt mal... Wo waren denn letzt die ganzen Münzen? Ich glaube, hier rein war eine Menge gewesen, ne? Wir haben auch ein paar Gegner gekillt, weil wir wollen ja auch noch immer den Task erfüllen. So, schnell drauf, 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 drauf. Ja. So, ich wollte euch übrigens auch von der Battlefield Beta ein Gameplay hochladen. Allerdings hat der Sound total gespackt am Anfang und ist asynchron geworden und deswegen habe ich es dann doch gelassen. Ich will euch ja natürlich auch keinen Crap hochladen. Ach komm, der war doch noch draußen. So, kommt der jetzt mal raus. So. Da haben wir den jetzt. Waren... Ja, da hinten ist auf alle Fälle ein blauer Kristall. Soll ich den jetzt holen? Ich glaube, ich hole den. Oh, shoot. Was könnte das denn heißen? Oh, shoot. Was mache ich denn hier? Warum springe ich denn noch weiter drauf? Ja, das war ja nichts zu erwarten. Jetzt haben wir schon wieder nur noch ein Herz. Das bedeutet, da sind wir gleich auch schon wieder kaputt. Deswegen gehen wir zurück. Ich glaube, hier vorne lagen noch Herzen auf den Steinen. So, hier haben wir ein Herz und da hinten drin ist ein Herz. Das holen wir uns jetzt einfach auch noch. Oh, shoot. Was könnte das heißen? Oh, shoot. Ah, wie sollen wir denn da hochkommen? Fühlt denn eigentlich... Seht ihr da oben die Seile? Die weißen? Ich weiß nur grad nicht, wie wir da hochkommen. Eins geht da rüber und wo geht das andere hin? Ich sehe es nämlich nicht. Ach, kann ich nicht hier mit dem Ferncluster hochgucken? Ah, okay, ja. Das eine geht halt zu der Birne und das andere kommt von da. So, jetzt müssen wir... Das heißt, wir müssen da hoch auf die Plattform. Das ging tatsächlich, glaube ich, dann, wie ich doch einmal vermutet hatte. Da oben her. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten einmal den Lieder in den Powerswitch wieder umlegen. Yay. Das hier ist ja meine Spezialität. Ja. So. Ja. Ach, fantastisch. Ich hätte es nicht besser machen können, wirklich. So. Vielleicht mache ich jetzt auch schon wieder... Ich glaube, ich mache schon wieder zu viel. Ich glaube, ich sollte einfach vielleicht erstmal versuchen, die Münzen zu holen. Ich würde das aber eigentlich gern zusammenschaffen. So. Deswegen, Leute. Konzentration. Hier drüber. Da drauf. Hier drüber. So. Nicht von der Schnecke kaputt gemacht werden. Ach, das ist doch aber nicht wahr. Und wir haben schon wieder kein Herz mehr. Sollen wir es jetzt wagen? Eigentlich würde ich sagen, wir müssen es jetzt lassen. Also, wie viel Pech kann man denn bitte haben? So, das heißt, wir... ...starten die Karte jetzt aber auch neu. Sonst hat das ja so keinen Sinn. So, wir versuchen jetzt erstmal, die 100 Münzen zu finden. Wir lassen jetzt die Spielerei hier. ...bin ich wahrscheinlich gerade auch zu müde für. Hups. Seht ihr, da wäre ich jetzt gerade fast schon wieder reingelaufen. Uah. So. Da oben weiß ich nicht, ob da was war. Da bin ich aber auch nicht so scharf drauf, das jetzt rauszubekommen. Wir gehen mal hier hoch. Unseren Standardweg. Holen ein paar Münzen. Und gucken, ob hier noch Münzen sind. So, ich meine, die Hälfte haben wir schon mal an Münzen. Also jetzt, da muss ja noch was drin sein hier jetzt. Ah, da oben war auf alle Fälle eine grüne. Ein grüner Kristall, glaube ich, noch. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, theoretisch sogar zwei. Ah, jetzt ist aber gut hier. Theoretisch sogar zwei. Ah, jetzt haben wir natürlich schon wieder verloren. Hier ist sonst auch nicht mehr allzu viel zu holen. Das Golden Gear hatten wir schon. Ich frage mich aber auch, wo die anderen Golden Gears sind. Ach, wir hätten die eine Mission nicht so schnell abschließen sollen. Da hätten wir noch richtig viel bekommen können. Aber gut, ist jetzt so. Ja, super. Also. Ich hoffe, wir schaffen heute überhaupt irgendwas hier. Ja, Herzen sind auch gut. So, den nehmen wir mit. Beziehungsweise versuchen mal mitzunehmen. So, vollste Konzentration. So, und ich denke und ich hoffe und ich bete, dass wir von da oben dann gleich auch zu der Glüh... Nein, 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 nein. Zu der Glühbirne kommen, damit wir das halt nicht nochmal machen müssen. Ja, dann müssen wir uns auch mal irgendwann herangeben, wie wir denn jetzt dieses Mysterious Gate öffnen können. Und ich habe nochmal nachgedacht. Dafür sind bestimmt... Also, was heißt bestimmt? Dafür sind wahrscheinlich unten diese Cluestones. Ich weiß halt nur nicht, wo die sind. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob die schon im Spiel implementiert sind. Ich meine, das ist immer in Early Access. Vielleicht gibt es die noch gar nicht. Ah, das wäre natürlich doof. Aber das kann ja sein. Und wo laufe ich hier überhaupt hin? Aber das kriegen wir, denke ich mal, noch raus. Oder kriegen da zumindest noch einen Hinweis drauf. Zum Beispiel, da hinten ist ja auch so ein Cluestone. Oh. Scheiße. Na, haben wir wieder was verloren. Das ist nicht aufgepasst. So. Jetzt hier rum. Und dann hier hoch. Wieso hält mich eigentlich keiner von euch davon ab? Ihr müsst doch auf mich aufpassen. Dass ich nicht so ein Blödsinn mache. Ja, wir sind schon wieder tot. Ja. 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 Aber das ist mir jetzt egal. Wir machen jetzt die Münzen wieder nicht und versuchen wenigstens da oben diese Glühbirne zu bekommen. Falls euch jemand fragt, warum man müde nicht spielen sollte. Das hier ist der Grund, Leute. Und jetzt gehen wir nochmal da hoch. Ach, hier wäre auch noch einer gewesen. Seht ihr mal. Das hätte sogar richtig gut funktioniert. So, jetzt erst das Fallen lassen und dann laufen, 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 rollen, laufen, rollen. Hier drauf. So, jetzt müssen wir... ...da hoch. Ja, so wird das aber nichts. Autsch, Autsch, Autsch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach, ich glaube, wir müssen hier. So, jetzt haben wir erstmal wieder festen... ...Boden unter den Füßen. Und jetzt können wir nämlich hier drauf gehen. Nein, 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 nein. Ich hab ja auch mal ein Pech. So, schaffen wir das jetzt da nochmal hoch? So, was zur Not überziehen wir die Folge jetzt. Falls wir es nicht hochschaffen. Dann lade ich halt mal einen Teil länger als 15 Minuten hoch. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Aber mal gucken, wir haben einen Ansporn. Ich hab noch laut meiner Uhr noch eineinhalb Minuten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach noch in der Zeit. Ja, oder halt nicht, ne? Oh nein, ich hab's schon geschafft. Ja! Ich hab mich wieder gerettet. Okay, jetzt haben wir allerdings eine Minute weniger. Ja, so wird das aber nächstes Mal hier. Mann, 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 Mann. Das ist aber auch eine doofe Stelle, weil sobald man halt da oben... Ach, ich bin doch auch ein Idiot. Entschuldigung, Leute. Wir hätten einfach nur runterfallen müssen und wären dann hier an diesem richtigen Checkpoint wieder rausgekommen. Mann, 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 Mann. Ja, komm, retry ist jetzt... Wir machen das jetzt hier. Ich bin besessen davon, zu der Glühbirne zu kommen. Wie ihr seht. Das machen wir jetzt. Das muss ich jetzt noch schaffen. Och, Mann. So, hoffen wir mal sicher gehen. Und das Ganze hier langsam angehen. So, das hier wird jetzt natürlich eine Herausforderung, ne? Ach, da ist sogar noch ein Golden Gear. Wir werden sogar noch mit einem Golden Gear belohnt. The Light Bulb. So, jetzt fehlt noch. Ein Fragezeichen. Und ein Orp-Parachute. Ich kann mir unter beidem einfach wirklich gar nichts vorstellen. Sehen wir von hier irgendwelche besonderen Locations? Ne. Oh, Parachute. Ne, ich sehe jetzt nichts. Außerdem wollten wir auch jetzt aufhören. Ich würde sagen, hier oben ist ein schöner Punkt, um aufzuhören. Wir machen vielleicht noch einen Köpper da unten in das Loch rein. Schaffen wir das? Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Oh, okay, ist zugegangen. Mist. Das hätte geklappt. Aber egal. So. Wir gehen zurück zu The Sky. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Tut mir leid, dass ich ein bisschen müde war. Wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen, zumindest ein Golden Gear zu bekommen und da oben an das Ding dran zu kommen. Wir haben 28 Golden Gears, noch zwei mehr und wir können uns wieder ein Medaillon holen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin der Pili und wir sehen uns beim nächsten Mal.